Wer hätte gedacht, dass Bruno Mars und Rosé von Blackpink gemeinsam feiern? Die Fans staunen über die unerwartete Freundschaft der beiden Musikstars. Auf Instagram teilen sie Fotos von einer wilden Partynacht. Bruno Mars beschreibt in seiner Bildunterschrift, was passiert ist. Der Grenade-Sänger schreibt auf Instagram, hier seht ihr mich, nachdem Rosé mir dieses koreanische Trinkspiel beigebracht und mich abgefüllt hat. Kurz darauf versuchte sie mich zu küssen und ich sagte, Wow, Rosé! Ist das ein Teil des Spiels? Er ergänzt, dass es abgesehen davon ein entspannter Abend gewesen sei. Viele Fans vermuten jedoch, dass Bruno sich die Geschichte ausgedacht hat. Ein Follower kommentiert, oh mein Gott, das ist so lustig, Bruno. Ein anderer meint, seine Beschreibung klingt wie Fanfiction. Manche User spekulieren, dass Brunos Worte auf ein gemeinsames Projekt hindeuten könnten. Ein Fan schreibt, der Text könnte Teil eines Liedes sein, das sie zusammen aufnehmen werden. Diese Überlegung ist nicht abwegig, denn vor seinem Duett mit Lady Gaga gab es ähnliche Hinweise. Für Rosé käme ein Song mit Bruno Mars zur richtigen Zeit. Erst vor wenigen Tagen kündigte sie ihr Solo-Comeback an. Am 6. Dezember soll ihr neues Album erscheinen. Sie schreibt auf Social Media, ich habe mein Blut und meine Tränen in dieses Album gesteckt. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr euch dieses kleine Tagebuch von mir anhört, erklärt sie weiter. Auch den Titel des Albums verrät die Sängerin. Rosé, so dürfen meine Familie und meine Freunde mich nennen. Rosé, so müssen die casino hier noch sein. Bis zum nächsten Mal. Willkommen in